Servus Leute und herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mache ich ein spontanes Video, weil ich in der Schreimarkt bin und ja, ich dachte das zeige ich euch mal. Ja, ich befinde mich in den Hohen Dauern und irgendwie habe ich mir gedacht, die Gegend hier sieht echt mega geil aus. Auch wenn das Wetter jetzt nicht gerade eine Birne ist, aber ich habe mir gedacht, da kann man cool filmen und deshalb mache ich einen kleinen V-Look. Wir befinden uns jetzt am Scheibel. Ich werde euch das kurz in der Karte einblenden. Das ist eine ziemlich geile Gegend irgendwie. Übrigens, der Flo ist auch da von Kanal Florian Schütz. Was machst du auf deinem Kanal? Ich rede über meine Knie, weil ich da Arthrose drin habe und wie ich es geschafft habe, da wieder schmerzfrei zu werden. Eigentlich eine ganz coole Geschichte, muss man sagen. Vor allem nützlich für die Leute, die Arthrose haben. Auf alle Fälle. Dann würde ich sagen, checkt es mal Flo aus und wir gehen ein bisschen weiter. Also, wir haben uns jetzt entschlossen, wir wollten eigentlich den Berg da oben hoch. Das Ding ist, es ist hier unten schon so nass und wenn wir jetzt da hoch starten, dann wäre das richtig kacke. Deshalb gehen wir jetzt eine Runde um den See. Also, wer hier mal hier her starten möchte, der sollte abchecken, dass das Wetter passt. Weil es steht einfach alles unter Wasser und ich bin schon platschnas und das ist irgendwie gar nicht so cool, wie man denkt. Eins steht fest, ich komme mal wieder her und dann gehe ich den Berg hoch und da nehme ich euch mit. Und da habe ich irgendwie mega den Bock drauf. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Hier kommt jetzt übrigens der mega heftiges Steg. Schaut mal. Hier ausrutscht, lande ich im See und da habe ich keinen Bock drauf. Also, wir sind jetzt wieder drin und jetzt geht es erstmal Kaffee trinken. Es ist jetzt kein Kaffee geworden, sondern Mittagessen, weil irgendwie hatte ich Hunger und alle anderen auch. Deshalb haben wir jetzt Mittag gegessen. Ich werde jetzt einen Zeitraffer machen, dann geht es zum Kollegen. Wir sehen uns dann später, denn später geht es in ein Restaurant, die vegane Küche anbieten. Wir haben jetzt den nächsten Tag. Ich befinde mich jetzt in Spielberg. Gestern machen wir übrigens noch Essen. Es gab einen Burger, einen veganen. Ich werde euch jetzt ganz kurz einspielen. Und ein Schokoeis, war mega nice. Ja, war wirklich Burner. Ich schwöre es euch. Hammer. Und jetzt sind wir, wie gesagt, in Spielberg. Und da ist heute Porsche Cup. Ich habe keinen Plan, ob man da rein kann. Aber wir stehen jetzt hier in der Kurve und es ist mega geil. Und ich werde jetzt ein paar Aufnahmen machen. Leider hat man nicht rein gekonnt. Kann man nichts machen. Ich bin jetzt auch wieder zu Hause. War wirklich ein cooler Urlaub. Ich hoffe, euch hat der V-Log auch ein bisschen gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben hier. Abonniert mich da oben, aktiviert die Glocke. Hiermit bin ich raus. Ciao.